Wenn wir über die nächsten zehn Jahre OER sprechen, dann müssen wir auch zwangsläufig über Professionalisierung sprechen. Und dabei meine ich professionelle Strukturen für OER. Und wenn man über die Erstellung von Bildungsmaterial nachdenkt im professionellen Rahmen, denkt man ganz häufig an einen Verlag. Ich glaube aber nicht, dass es einen Verlag braucht im klassischen Sinne. Wir brauchen aber dennoch professionelle Strukturen, die frei und offen sind. Vielleicht ist das ein OER Verlag. Und ich glaube dabei sind drei Punkte ganz ganz wichtig. Zum einen wir orientieren uns an großen Vorbildern im Ausland und dabei meine ich die NDLA, die es geschafft hat in Norwegen Strukturen aufzubauen, die OER staatlich fördern für den Schulbereich. Ich glaube wir brauchen einen Ort, der Stellen miteinander vernetzt. Das sind Redaktionen der Länder, das sind andere Unternehmen, die gerade schon Bildungsmaterial erstellen, kuratieren und Qualität sichern. Ich denke dabei zum Beispiel an Initiativen wie Wir Lernen Online, die das bereits versuchen. Die sollte man stärken. Und ich glaube, dass wir in diesem Rahmen auch auf gute Qualitätssicherungsmodelle aufbauen können. Zum Beispiel ein Circle of Trust. Und der dritte Punkt ist, dass wir Technologien nachnutzen, die es bereits gibt. Zum Beispiel ist der Quellcode der NDLA offen und kann einfach nachgenutzt werden. Das könnten wir integrieren mit ganz spannenden Bildungstechnologien, die es auch in Deutschland gibt. Zum Beispiel WIDIS als Identitätsmanagement. Zum Beispiel Serlo-Editoren oder andere Editoren, die es ermöglichen, freies Bildungsmaterial zu erstellen. Oder wir ermöglichen einen Social-Media-Umgang mit OER durch neue soziale Protokolle, die man integrieren kann. Zum Beispiel Bis zum nächsten Mal.